Mach die, ich mach dann irgendwann im Schnitt eins, aber ja. Na gut, dann darf der Brug. Wann? Ja, ein Pfad. Ich nehm übrigens schon die ganze Zeit auf. Hallo liebe Leute, willkommen zu Pacify, wie angekündigt oder angedroht. Seht wie ihr es wollt, wir spielen uns jetzt zu viert. Angedroht. Und zwar Reihenfolge nach der Corrupty, der Bruga, den kenn ich nicht, der Schauerland und der Sev. Hi. Und der eine von T-Series ist auch dabei. Der eine von T-Series, der PewDiePie hab ich gehört, ist dabei. Okay, ich schätze mal die meisten kennen das Spiel schon, wenn es jemand nicht kennt. Ich hoffe ihr habt es im Play-Into erklärt, weil das ist jetzt euer Problem, dann geht einfach weg. Der ist von dem Typ, der Emily Wants2Play gemacht hat. Beide. Jumpscare Horror, ganz böse. Wir haben den Multistar noch nicht mehr getestet. Oh, okay. Oh, hallo Leute. Wer von euch ist die Frau? Der ist super krass, Secret Service Agent oder was? Alter, der Backenbart. Wer hat den Backenbart von euch? Wer springt denn da? Ich, das bin echt, das bin echt. Selbst die Frau? Selbst die Frau, sehr schön. Bin ich die Frau? Ist meine Bitch. Ich weiß nicht, wer ich bin. Selbst die Bitch. Ich bin zwar witzig. Warte, was steht auf deinem hinten Rücken? Auf meinem Hintern? Ja, auf meinem Hintern steht Paar. Ich beug mich wieder nach vorne. Paar Corporation. Geh mal rein. Da können wir nicht rein, dumm Idiot. Wir müssen hinten durch den Keller irgendwo, glaub ich. Mann, Mann, Mann. Wir müssen hinten rein. Wir müssen hinten rein. Okay, ich beug mich wieder nach vorne. Oh Leute, ey. Super. Okay. Das Wetter ist herrlich. Ich seh nix. Alter, Rob, du witzste Gorilla. Das ist so ein Unkörper, ey. Ein Unrumpf. Eigentlich sieht er aus wie Turbinator. Okay. Oh, hier. Okay. Hallo, ich geh schon mal rein, ja? Ja, geh schon mal hinten rein. Genau. Ich bin dann schon mal drinnen. Ich bin dann schon mal drinnen. Oh. Wir müssen alle mal ein Stück Holz nehmen, übrigens. Ich hab'n Schlüssel. Saalschlüssel. Das ging schnell. Sie hätt'n Schlüssel gefunden? Cool. Ich gewinn das hier alleine. Ich brauch' euch gar nicht. Was macht denn ihr noch hier? Geht nach Hause. Wir blocken uns gegenseitig, merk' ich gerade. Das ist gar nicht gut. Oh, hier ist Holz. Das wird schrecklich. Ja, alle Holz aufnehmen. Ich hab' auch Holz. Ich hab' schon ne richtige Puppe tatsächlich. Ich hab' eins mitnehmen. Und überall noch gucken, ob Streichhölzer rumliegen. Was müssen wir denn eigentlich machen hier? Ey, wir müssen Puppen einsammeln, die dann unten hier irgendwo verbrennen. Aber wir werden hier oben das Mädchen sehen, was uns essen will. Von hinten. Hä, ist da nicht da einer durchgegangen? Ja, also falls jemand in mein Haus kommt und meine Puppen verbrennt, den will ich auch essen. Auf jeden Fall. Okay, komm, gehen wir mal nach oben. Triggern schon mal den Gegner, damit wir müssen leiden. Hat jemand Holz? Ich hab' Holz. Ich hab' Holz. Hier ist nochmal Holz. Du hast doch selber was vor den Hütten. Du und dein Holz. So ist das schön. Ich muss roadplayen jetzt mein Charakter. Okay, ich geh' zuerst. Okay, lauf ruhig. Guck mal, hier steht meine Großfrau. Die Frau kommt zuerst. Ah! Was? Hör auf damit! Ich hab' das Licht ausgemacht. Wo bist du denn hergekommen? Ihr Psycho aus, Alter. Ey, der hat ne Puppe! Ich hab' die Taschenlapper ausgemacht oben. Kannst du die jetzt verbrennen? Warum ist sie so ruhig? Nee, nee. Die Puppe, die brauchen wir, um die auszuwehren, die Alter. Guck mal, was ist hier drin? Hä, wo ist die denn? Oh. Das erste Zimmer. Jemand will jemand ne schöne Notiz vorlesen, die ist sehr interessant. Ja, ich will ihr eben vorlesen. Ja, ja, bitte, bitte. Lies schon mal, wir gehen schon mal weiter. Oh, da ist sie! Ah! Raus hier! Oh Gott! Mann, die blockt. Oh Gott, wir können die Gegend nicht blocken, das ist schrecklich. Das ist schrecklich. Wirst du packen, dass das Clipping hat hier. Rob die hat ein bisschen Manier und macht die Tür in sich zu. Tut mir leid. Madame. Okay, ich geh mal kurz nach oben. Wir müssen jetzt langsam mal Sachen suchen, weil die wird bald aktiv und jagt uns dann. Das ist nicht gut. Kommt die nicht hinterher? Ja. Doch, die kommt bald. Die ist noch ganz harmlos, aber die wird bald. Ich glaub, erst wenn wir die Puppen nehmen, oder? Wer von euch hat den Saalschlüssel? Die Schlüssel gelten nicht für alle. Also so harmlos sah die nicht aus. Die Schlüssel gelten nicht für alle. Ach du Kacke. Wer hat den Saalschlüssel? Ich hab den Saalschlüssel. Wo ist der Saal? Was? Du brauchst den Saalschlüssel A38. Da sind wir in dem Haus das Verrückte der Tür. Und den Passierschein. Genau. Du kannst übrigens unterlich sprinten. Oh! Guck mal, da ist Großmutter. Hä? Wo? Die ist wunderschön. Hier unten. Ihr könnt unterlich sprinten übrigens, ne? Von Scherz. Ich hab immer keine Streichhölzer. Da ist Granny unten. Lass mal überfahren. Hinter dem Hund. Granny in Passivall überfahren. Hey, da ist ein Clickpad für Sef. Sehr schön. Granny in anderem Spiel gefunden? Fragezeichen. Fragezeichen. Aber da muss noch so ein Lachsmiley rein. Oh mein Gott, man braucht halt echt... Es kann doch nicht sein, dass wir alle den... Warum machen wir eigentlich... Da laufen wir an die gleiche Stelle. Wir sind ziemlich dämlich. So, jetzt ein bisschen verteilen. Ne, ich bin schlau. Ich geh mal runter. Das sind Zweierteams aufteilen. Oh, gute Idee. Aufteilen. Ja. Wer ist denn der mit dem Hut? Ich bin nicht der Schwarze, oder? Der Gorilla springt grad. Irgendwann können wir folgen. Also komm. Ich komm mit dir. Sehr schön. Deine Hände, ey. Dich will ich sofort als Torwart einstellen. Ich hab einen Schlafzimmerschlüssel. Hier, guck mal, das sind Schreichhölzer. Geh ruhig vor, geh ruhig vor. Bist du das? Achso. Ich pass auf deinen Arsch auf. Ich weiß nicht, wie ich das aussehe übrigens. Raus da. Ich weiß auch nicht, wie ich das aussehe. Raus da. Aber ich folge gerade einem, der hat eine Puppe in der Hand und einen Hut auf. Oh, hier oben. Bei uns. Was denn? Was seid ihr denn? Einfach auf dem Dachboden oben. Der Büro hat einen Dachbodenschlüssel. Wir warten ja von dem dafür. Ist überall Saalschlüsseltüren. Ich hol mal ein Licht aus, damit du mich nicht mehr findest. Ich hab da... Ich kann doch Licht anmachen. Lass das, du Arsch. Du siehst... Ach, da hinten. Ich kann... Wenn ihr hochkommt auf den Dachboden, dann können wir alle mal die Tür öffnen. Dann sehen wir was dahinter. Hier ist irgendwas drin. Hier lacht irgendwas hinter der Tür. Jep. Soll ich auch machen? Ja, ja. Mach mal auf. Ich will damit lachen. Ich will den Witz auch hören. Ah! Ne, einsammeln, einsammeln. Schnappt sie euch. Ich hab schon eine. Welche denn? Alle? Alle? Ich hab eine. Ich kann die andere nicht nehmen. Das ist so süß. Wo geht denn hin? Aber die andere steht hier. Die kann ich nicht nehmen. Ich hab eine. Okay, habt ihr alle eine? Sehr schön. Ich hab nen Kellerschlüssel. Was ist das denn hier? Oh no! Oh! Was geht los? Was ist das? Ja, was wohl? Wo ist das nix gutes? Also, ist irgendwer auf nen Elefanten getreten? Oh Gott, ist bei mir! Nein, 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 sie kommt jetzt. Wo seid ihr? Wer kommt von wo denn? Wo seid ihr denn? Hilfe! Oh, ist das ein Chaos. I love it. Ich hab sie gefunden, sie ist unten. Geht nicht runter. Hier ist ne Puppe noch. Ich hab eine Schutzpuppe. Okay, ich geb ihr die. Ich geb ihr die. Ey, was macht denn das? Ich kann die... Ich kann die Taub... Okay, ich hab sie beruhigt. Ich hab sie beruhigt. Ich hab ein bisschen Zeit. Ich bin jetzt im Keller. Wo genau muss ich verbreiten? Oh, sie ist schon wieder böse. What? Ne. Nein, ich brauche nen Saalschlüssel. Die Tür geht zu und überhaupt nicht mehr durch. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Wo seid ihr denn? Ich bin im Keller. Wo ist denn der Keller? Wo ist denn der Keller? Füg mich zum Keller. Ich hab den Schlüssel. Boah. Wo war der? Du musst die ganzen Türen aufschließen. Nein, wir machen die Tür wieder zu. Boah. Wir kommen nicht raus. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Wir brauchen nicht. Help. Oh. Ist der Eingang. Hallo? Wo denn? Fuck. Ihr müsst mir Bescheid sagen, wo ihr hingeht. Erdgeschoss. Ich bin im Keller. Ja, du. Ich such den Ofen oder irgendwas, wo man jetzt die Puppe verbrennen kann. Aber ich hab nix gefunden. Oh, ich bin unten. Ich bin im Keller. Ich kann aufmachen. Also wir müssen jetzt die Puppen, die wir haben, verbrennen. Ich bin der D-Rapti. Ich bin der D-Rapti. Bist du da? Okay. Ich mach alle Türen unten auf. Dafür brauchen wir ein Holz und ein Streichholz. Ich seh zwei Holz. Zwei Holz brauchst du, glaub ich. Also ein Holz hab ich, glaub ich. Ja, hab ich auch. Liegt aber auch hier genau oben. Ich verbrenne gerade eine Puppe. Hier. Ah. Oh, what? Ich hab ne Puppe, Leute. Ich hab ne Puppe. Oh Gott, no. Hast du... Okay, du kannst verteidigen. Der Heilkester ist bereits in Betrieb. Dankeschön. Okay. Die hängt in der Tür fest. Okay. Verbrennt da schon... Verbrennt da schon was? Eines brennt gerade, ja. Jetzt kann ich die nächste machen. Alter, der... Einer nach dem anderen. Jeder nur eine Puppe. Der Ofen rülpst mich voll. Hör auf. Lass das. Die fliegt da oben rum, aber die kommt nicht durch die Tür. Naja. Okay, okay. Ich hab sie nicht durch. Oh Gott. Okay. Oh mein Gott. Wie kann man die denn aufhalten? Ihr habt gesagt... Wenn ihr normale Puppe einsammelt. Du brauchst ne normale Puppe. So ne helle Puppe. Ich hab so ne helle. So ne weiße. Mit so nem Kringel. Die weißen, die du verbrennen musst. Ach so. Die Kringel. Die musst du verbrennen. Aber dann lass sie mal verbrennen. Das machen wir doch. Oh, jetzt. Du hast keine mehr. Oh ja. Sechs noch. Okay. Hab ich das richtig gemacht, Mama? Alles gut gemacht. Ganz brav. Super. Oma ist stolz auf dich. Ja, sehr gut. Wenigstens einer. Du bist international anerkannter Puppenverbrenner. Jetzt müssen wir die suchen. Die rennen oben rum und machen die Türen immer wieder zu. Die Puppen. Die Puppen? Was für Assis. Warum machen die das? Wo geht's denn hoch? Ich hatte zum Glück nur ne Puppe. Ich hab sie abwehren können. An der Treppe schaue ich. Oh hier der Weinkeller. Ne, hier bleib ich. Geh da mal rein. Geh da mal rein. Geh da mal rein. Komm, geh da mal rein. Ach so. Sie ist hier. Sie ist hier irgendwo. Was? Ich hab eben noch ne Puppe gehabt. Die hat sie da gefressen. Ich hab einen zum Verbrennen. Wo war nochmal der Raum dafür? Ey, na hier. Ach hier. Nein. Wo du gerade raus kamst. Oder? Nein. Ne. Hä? Verarsch mich. Säf, du verarsch mich schon wieder. Nein, nein. Hier irgendwo. Wir brauchen Puppen. Sie ist jetzt richtig schnell übrigens. Da wir schon ein paar verbrannt haben. Oh great. Warte mal, warte mal. Doch nicht hier. Wo war's denn? Ich weiß nicht, dass wir im Keller sind. Ah, warte, warte. Hier gleich irgendwo. Ja, hier, hier. Genau, wo ihr seid. Ah, okay. Ich verbrenne noch eine. Nice, sehr schön. Doch nicht? Doch, verbrennst du die? Ja, jetzt. Ja. Super. Oh no. Oh god. Wo? Ja. Ihr müsst auch noch neuen Puppen suchen, ne? Ah! Hilfe! Nein! Mama! Wie schnell war die denn? Alter! Wo ist sie denn hin? Wie hält man die auf? Ich bin tot. Ich weiß, ich bin tot. Oh god, oh god. Du bist starb. Sag gerade. Ich bin eine Puppe. Wie geil. Da hast du einen Schutz. Da hast du einen Schutz. Bist du gestorben? Ja. Ich bin ich nicht. Aber Rapti ist gestorben. Oh nein. Nein. Eine nur noch. Aber eine noch. Komm. Ich will da nicht unten sein. Das ist ekelhaft. Die ist sauer. Die ist sauer. Ah, Balkon. Können wir rausgehen? Oh, was ist denn hier? Die ist richtig sauer, glaube ich. Vielleicht ist sie doch irgendwo unten. Ah, hier. Nein. Das finde ich schon wieder. Ich dachte, das wäre die Puppe. Jebaited. Ich hab sie. Ich hab sie. Ich hab sie. Du hast sie? Aber ich sterbe gleich, weil die ist hier. Nein, 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 nein. Wo bist du denn? Geht alles um hoch. Ich geh runter in den Keller. Warte. Ich bin auch im Keller. Ich bin mit dem Weinabteil. Oh mein Gott. Wie immer. Oh Gott, die ist auch hier unten. Soll ich in sie reinrennen? Ich hab eine Schutzpuppe. Ja, renn. Lauf. Ich hab die Schutzpuppe. Hier, komm mit. Ich hab sie weg. Hat es funktioniert? Ist sie einfach weggeportet? Ich hab die Schutzpuppe immer noch. Warte mal. Ich renne nach oben. Yes. Ja. Die letzte. Was, Alter. Haben wir es geschafft? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich glaub wir haben es geschafft, ne? War alles nur ein Prank. Es gibt eine Haustür. Vielleicht müssen wir jetzt aber rausrennen. Das ist ein Prank, Bro. Wir können die gar nicht so aufhalten. Wir haben uns verarscht mit ihren Zetteln. Was hat das denn Geräusch? Die Welt, die in Wirklichkeit das für die Spuren verbrechen. Die Haustür hat sich ge... Alter, den Mechanismus muss mir mal jemand wieder erklären. Okay, Schütz. Ich bin am Outer. Wo war denn der Ausgang? Ach, hier. Ich kann dir drüber springen. Wo sollen wir das Mädchen? Ich kann dir drüber springen. Tschüss, Leute. Okay, bye. Hi. Was? Ich kann dir drüber springen. Wie sollen wir das Mädchen haben? Tschüss. Bring mir einen Döner mit. Dankeschön, war schön mit euch. Wir müssen das Mädchen finden. Was sind Mädchen? Oh, ich bin aus der Map ausgesprungen. Tschüss. Dann könnt ihr raus. Wir müssen das Mädchen ans Auto bringen. Was ist das Mädchen? Schlafzimmer sind nicht. Schade eigentlich. Guck mal oben. Wow. Die sind bestimmt im Raum, wo die Puppen drin waren. Wäre da eine Belohnung gewesen, ne? Ach, das ist wirklich ein Mädchen, keine Frau, ne? Ja, das wäre eine Belohnung gewesen. Sorry. Hier. Nein. Demonetarisieren. Ne, warte mal. Das muss man moralisch hinterfragen. Das ist ein Geist, oder? Die ist tausend Jahre alt. Ja, ich weiß mindestens. Ne, das ist nicht korrekt. Das ist ein Geist von dem Mädchen. Ne, ihr habt recht. Alles gut. Äh, klar. Aber da muss man mal kurz drüber nachdenken. Wir decken dich schon. Keine Sorge. Ich hab sie, ich hab sie. Hast du? Oh, klärt hier alles, ey. Ja, die hat in so einem Schlafzimmer gelegen. Oh, carried. Achso, du trägst sie einfach fort. Also, geklaut. Die zählen wir jetzt mit. Das ausziehen. Die haben eine scheiß Wand. Wie ist dir die Schufte? Great job, everyone. Let's get out of here. Was mit mir? Was mit mir? Was mit mir? Wir sind die besten Geisterjäger. Das ist so dumm, ey. Was mit mir passiert? Fick doch. Und das war das ganze Spiel übrigens, wer es nicht wusste. Nice, pass. Oh, jetzt ist sie aber gefangen. Wint, wint, wint. Sorry. Das tut mir aber leid. Oh, sie machen Experimente mit ihr. Wieder zurückbringen, aber... Okay. Okay. Das ist schon zu gut. Fun, ey. Nice. Wollen wir eine Gegeneinanderrunde spielen? Ich bin hier und lebt noch. PvP? Ja. Kann man machen, ne? Geht das? Hi. 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 Ach, jetzt ist hier, äh, Corrupt ist jetzt hier der Türschläger, hm? Jep. Äh, Türsteher. So, es geht. Ah, was war das? Ich hab dich umgeschubst. Was? Was war'n das? Ich hab dich umgeschubst und hab deine Puppe genommen. Jetzt hab ich meine Puppe verloren. Ey, lass die Scheiße. Hey. Wie geht's mir das? Oh, wir sind da, dieses Juhl. Linke Maustaste. Wir können uns schlagen. Wir können uns schlagen. Wir können uns schlagen. Drück mal Linke Maustaste neben irgendwem. Welche Taste? Linke Maustaste. Ey, lass die Scheiße. Gib mir deine Puppe. Wo seid denn ihr? Haha. Ey, ich bin der Beste. Ey, du! Ah, no! Ah, meine Schlüssel! Fuck, wo war der Keller? Wo war der Keller? Ich bin hier. Wo ist der Keller? Hier, hier, hier lang. Okay, okay. Wir folgen dir. Wir vertrauen dir. Hier ist der Keller. Ja, ja, klar, klar. Die häng sich einfach durch den Geld. Ah!! Ah, nein, 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 nein. Wo ist ein Verräter?! Da unten ist aber der Keller! Was jetzt?! Aha! Oh, nein, 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 nein! Hier, nimm hier eine. Nimm eine von hier. Oh, ich hab eine schon. Ich hab eine schon. Nimm die nicht aus der... Huition! Alter, du bist direkt in sie reingerannt, oder? Oh nein. Ihr habt mich zweimal erwischt. Bin ich der letzte jetzt? Ich sehe gerade, wie du stirbst. Ach du Scheiße. Wie kann man denn so verkacken in dem Game hier jetzt? Also wir haben die erste Runde super easy durchgezogen. Vielleicht weil wir Spaß daran haben, uns gegenseitig zu mobben. Ich spür mich jetzt im Klo runter. Macht's gut, Leute. Tschüss. Okay, gut. Lass den Daumen nach oben da. Abonniert Zef und die anderen nicht. Tschüss. Abonniert PewDiePie. Tschüss. Schaut da einen vorbei. Die sind alle nett. Ciao.